moin moin herz gekommen leute zu einer neuen runde hier alles 19 nordfriesische marsch natürlich am mittwoch mittwoch um 12 uhr die mittagsfolge seid gegrüßt was man schön ist eigentlich wie bekannt das haben wir die erste folge gesehen hat wir gerade unterwegs zu unserem grasfeld was wir jetzt einfach noch mal schön nacharbeiten wollen weil es einfach unterschiedlich ist und so nicht schön ist wenn das einmal komplett umflügen mit helfern standard helfern würde ich einsetzen und nachgewendet wie auch immer kann man nachher selber erledigen deswegen großen dann diese kleine ecke geschickt haben gute idee ja also das ist auf jeden fall das ziel für die heutige folge das möglichst zu schaffen wird vielleicht bei der größe des feldes eng aber wir haben natürlich zwei große fahrzeuge hier die auch mit das machen können also vielleicht schaffen wir es auch so mal schauen aber nur dann ich jetzt auch nicht in die ecke reinkommen denn den krass haben wir den krass bei den sammler haben wir geschickt da müssen wir auch bei loslegen ich muss das einfach mal ein bisschen weiter hier echt noch überziehen dann passt das auch ich denke wir dieses fertig haben dann ist auch das müssen wir gleich noch mal auf 36 schauen ich stelle jetzt erst mal eine mal gucken ich glaube das passt ganz gut das passt eigentlich genau so und die richtung geht es los und in die andere richtung das auch gleich losgehen und ich spare mir jetzt ist aber auch schon ausgespart diese ecke hier machen wir mit ihm ja eigentlich praktisch das vorgewendende wenn er diese richtung zweimal fährt ich wollte haben wir jetzt ein stück übersehen oder es ist weil ich es nicht gerade gearbeitet habe das feld hier das mit dem flug aber auch schwierig nach dem flug jetzt hier versuchen irgendwie irgendwas anzuziehen anfasst nur schief gehen mal gucken wie weit wir hier in den zaun ran gehen weil das wäre ja eigentlich unsere die linie für hier drüben um es gerade zu ziehen also ungefähr das ist diese breite circa auf einen kommt sich darauf an aber hier finde ich es ist definitiv zu viel unterschied hier sind wir eh schon im graben gleich meine ich drauf ob du noch durchdrehen reifen wie kann das passieren aber das ist doch optimal vielleicht die ecke gleich durchziehen warte weil alles andere macht ja eh keinen sinn da wird eh einer nicht ganz passend arbeiten können und dann können wir hier vorne gleich die reihe machen jetzt sehen wir auch das lenkrad sonst denkt das lenkrad immer gegen das sieht doch ganz gut auspasst hier kann sein dass wir in der ecke dann nochmal nacharbeiten das ist klar später später ob da muss gefüllt werden ist aber auf jeden fall weiter gefahren ich bin gespannt wo der hängt also das werden wir jetzt als nächstes gleich machen das sind auch immer groß aufträger mit den beiden flügen also eine beides eine umgemodelte eigentlich grubber mit flug funktion aber auf dieses fliegen mit den kleinen flug habe ich tatsächlich bin ich persönlich nicht der freund von müsste man wirklich schon mit auf so einem feld muss man gefühlt mit 56 mindestens dann rauf und selbst dann dauert es noch ewig hier kann jetzt mal erstmal ein standardhelfer für uns was tun klar nicht fällt inseln umfahren und sondern das war das thema glaube ich ich glaube da hängt er schon länger oder und da hat er den ganzen kalk jetzt hier auf auf stelle verstreut aber selber schuld also auch zick zack hier ich habe einen neuen kaltstreuer mit an bord leute sollen wir nochmal in den mod ordner gleich reingucken das ist übertrieben große kreikstreuer ich will mir nur mal angucken ob ich den jetzt kauf weiß noch nicht aber dachte in zukunft kann er uns für solche aufgaben echt helfen ansonsten sieht hier hier noch alles gut aus in den ecken ja schön dass wir dann bald die ersten felder auch schön vorbereitet haben denn wir glauben immer noch dass mitte herbst je nach wetterlage das eigentlich reif werden sollte unser ich glaube auf der richtigen seite natürlich bin ich hier nicht auf der richtigen seite unser und häcksel meist also generell mais und mon und soja also haben wir ein bisschen was dann steht da so blöd dass er hier so rum wackeln auch obwohl einfach hier vorne rum am schon machten in der zweiten reihe dann sehen wir schon ob wir da noch eben ganz klein streuen mal da lassen sollten ansonsten sagen wir natürlich gleich am nix liegenden schon früh angeschaltet hier können wir auch gleich weitermachen oder natürlich davon ausgehen können dass es in der nächsten runde wieder schief gehen würde so umgehen wir das auf jeden fall schon das ist davon auszugehen dass die lücken dann auf der eck auf den ecken hier schon mal komplett geschlossen werden jetzt werden wir noch einmal um die windmühle herum selber kalken und dann kommen wir über den dringend zurück zu den auf 24 weil sonst macht er ja arbeiten die sich echt blöd entgegen der ist auch gerade auf dem weg runter wieder scheinbar den müssen wir gerne noch erwischen vorher aber es könnte eng werden in 50 kipp gerade gras ab wohl es fällt 40 immer noch nicht leer aber ich möchte es heute noch schaffen aber wir haben ja noch die folge jetzt und wir haben auch noch die folge heute Nachmittag von hier sieht das jetzt aus aus könnte das gleich schief gehen na jetzt jeden moment ist er da aber wir erwischen ihn er ist jetzt noch am wende manöver drin und ich vermute dass wir ihn erwischen wenn er gerade wieder auf dem rückweg ist natürlich eine menge vorgewendet waren jetzt hier gefahren aber der ist gut ne auch wenn er sich ein bisschen am deich ein bisschen schräg eigentlich rutscht lügt er zumindest also findet er das ist echt gut na ja ich will ich gerade noch machen wir da vorne jetzt noch was oder nicht ich glaube nicht nein ob das soll man so das fällt ist auch so groß genug und ich kann mir schon vorstellen irgendwann werden wir noch ein jahr zeit würde jetzt einfach mal schätzen in einem jahr kann noch sehr sehr viel passieren dass wir hier dann doch noch auch irgendwie noch eine kleine außen stelle bauen wird es aber alle felder hier rundherum besitzen hier sind ja wirklich noch riesen felder die wir noch nicht hier noch nicht uns gehören das macht wahrscheinlich schon sinn die dann auch zu haben manchmal fürs abfahren und so weiter ja dann sollten wir mal zu den 36 sehmaschinen da fällt 36 und ich 36 stück fahrt da hinten nicht mehr weiter der fendt hier wird gerade so aus wie der fendt nicht mehr fahren das geht natürlich nicht da traut sich echt nicht mehr weiß nicht was bei mir nicht richtig ist und da hast du doch hier genug potenzial weiter zu fahren das läuft hier perfekter fahren lassen mit dem werde ich jetzt nacharbeiten sagen wir da kommt das lohnt gar nicht aber doch dass das muss uns wechseln den ecken auch nichts das muss jetzt einmal schnell mal sauber gemacht werden ich weiß es gibt in der anderen option da hätte das alles funktioniert bei mir leider nicht macht aber auch nichts gibt schlimmeres als die kleinen ecken jetzt hier nachzuarbeiten einmal rundherum natürlich ach gar nichts das ist ja mit dem dumpfen sound da sieht es aber echt so aus dass wir das fällt in der nachmittagsfolge hier fertig haben der eine macht metas wie gesagt mit dem haben wir schon das fein tuning hier das saubere nacharbeiten ja hier werden ja immer auch einige seiten aber in der gärte man sich sparen können dünner vermehrungs gras wenn wir jetzt mal so gucken 60 prozent noch gefüllt sollte reichen und hier war doch noch irgendwas mit dem logo aber ich habe es noch nicht genau das logo glaube ich so dass nur das passt schon ist zugewachsen aber gucke ich mir auf jeden fall nochmal an was es überhaupt ist so haben wir direkt jetzt auch gleich einmal ordentlich es kommt natürlich leider die untergrund textur wieder durch so wie es vorher mal aussah hier mal gucken wie es dann aussieht wenn es bewachsen ist hoffentlich ordentlich sieht das aus dann aber jetzt haben wir die ecke eben schon mal richtig gut und dabei sind wir noch ein bisschen zeit haben in der folge heute genau mache ich das jetzt schnell fertig ne weil die werden wohl schon so wie es aussieht sind die beiden echt schnell wir können die dann noch auffüllen wieder und dann geht es auf das andere vermehrungsgras fällt und das ist eine coole flotte die kann man so auch für die zukünftigen saatgeschichten ich finde es schick ich wollte es mit der amazon sähmaschine und das in doppelter ausführung ist echt eine nice kombi aber richtig gut dann haben wir hier definitiv keine ecken die komisch aussehen irgendwie nachher auf der wachstumskarte ziemlich penibel und bevor die wieder zum einsatz kommt das andere fast fertig hier ne 24 ist jetzt auch schon auf der ecke oder weg sie das geht schon aber der deutsch der fan glaube ich traut sich schon wieder nicht weiter zu fahren der macht probleme er fängt leute macht probleme wir waren mal grün drum aber das ist auch weg gepflückt worden glaube ich ja der lässt kleine spuren hier glaube ich warte oder zumindest sieht das so aus wo kein dünger kommt oder was ist das jetzt hier gar nicht so genau eigentlich aber irgendwie sieht das so aus das wären das mini lücken in der schräge kann das eben passieren wo wir schon spät heben und früh senken drin haben aber es gibt schöneres als so ein perfekt vorbereitetes feld hier in ls 19 wenig vor allem die vermehrungsgras das erste mal hier vorne sehen wir auch das auch noch irgendwie leichte lücke ich kann nachvollziehen warum drei vorgewenden das verstehe ich nicht hier vorne war ja hafer drauf ne ich könnte mir vorstellen dass wir dann nächste saison zum beispiel mais rauf packen wir brauchen natürlich jede saison auch ein bisschen was an mais körnermais häckselmais ich weiß nicht ob da einfach nur kein dünger rauf gekommen ist es bleibt auch einfach so ne das liegt vielleicht schon an der fluggeschichte dann wenn ich jetzt hierüber verändert sich nichts auf seinem fernsehen sieht das auch ein bisschen komisch aus wohl so die letzte ecke die wir noch einmal arbeiten aber bei anderen sieht es gut aus aber den wieder einstellen hier für die letzte lücke ohne folge heute nachmittag sind die definitiv fertig ob der fan will auch aktuell nicht mehr da steht da hinten komisch auf dem silo vielleicht mal einen kleinen schwung gleich geben noch eigentlich selber gleich zum start machen können die ecke hier ne zu spät noch weiß schimmern weiß schimmern ist ein zeichen dafür dass eine lücke nicht haben das ist ein bisschen dumm verzauern ich glaube so kommt das hau ein bisschen rüber da hängt noch am ersten also natürlich jetzt auch am naheliegendsten viel spaß so sehr schön neue doch der fan fährt auch noch auch sehr schön nein nicht zurücksetzen einsteigen er macht hier gerade den flieger ja kommen wir zum ende der heutigen folge heute vielen vielen dank fürs zuschauen wenn ihr Bock habt schaltet gerne heute nachmittag wieder rein vielen dank bis dahin später und tschüss hättet chicks next